Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel des mitteldeutschen Basketballklubs am 29. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga-OA gegen die Dresden-Titans. Die Wölfe gewinnen vor 2200 Zuschauern mit 83 zu 49. Ich begrüße die Trainer beider Mannschaften. Zu meiner Linken Liam Flint von den Titans und rechts Igor Jovovich von den Wölfen. Das erste Wort geht wie immer dem Gästecoach. Mr Flint, your statement about the game, please. I think you could see the difference in quality between the two teams. One team is, I guess, ambitious and playing excellent basketball and will be trying to go up into the BBL next year. For us, we're a young club with eight players trying to battle and we fought hard, just physically outmatched. You can see that in the rebound count, 41 to 20. I think if we rebound the ball, it's a closer game. Full credit to Coach and his team. I think they're a very professional outfit. They execute extremely well. And they put their young guys on towards the end of the game. And they didn't miss a step. Their young kids came through for them as well. So congratulations to them and good luck for the playoffs. Ich übersetze ganz kurz. Liam Flynn sagte, man hat den Unterschied in der Qualität beider Mannschaften gesehen. Auf der einen Seite die Wölfe, sehr ambitioniert, wollen aufsteigen. Auf der anderen Seite die Titans, ein junger Club, heute nur mit acht Spielern angedrehen, die aber bis zum Schluss hart gekämpft haben. Den Unterschied hat man vor allem in der Rebound-Bilanz gesehen. Coach Flynn richtet noch Glückwünsche an die Wölfe und sagt auch, dass die Intensität trotz der Einwechslung der jungen Spieler am Ende nicht nachgelassen hat. Igor, your statement about the game, please. Before the game, I didn't expect that the atmosphere in Rennes will be like this. And I'm really glad that I saw a lot of spectators and really beautiful, positive atmosphere for 40 minutes. The game was without so much importance because both team already in the regular season finish their job, I can say like that. But I think that we really played professional from our side and also Dresden really tried during the 40 minutes to be very competitive with us. I think that we were a better team, we controlled the result from the beginning and what makes me very happy that in the last part of the game we really give a huge chance to our youngsters and they didn't look on the scoresheet, they play very professional and they show some talent today. All the best to Dresden, hope that they will recover from this not standing in the league this year and we are looking forward for our next opponents. Ja, dann auch noch ganz kurz dieses Statement von Igor übersetzt. Er hat vor dem Spiel nicht erwartet, dass es so eine gute Atmosphäre werden wird und dass so viele Zuschauer heute zu dem Spiel kommen. Das Spiel war nicht so wichtig für beide Mannschaften. Dresden steht als Absteiger fest, die Wölfe als Tabellenerster. Wir haben professionell gespielt, Dresden hat gut mitgehalten. Wir haben das Spiel von der ersten Minute an kontrolliert, auch als die Youngster eingewechselt worden sind. Die jungen Spieler haben gut gespielt und haben ihr Talent gezeigt. Er hofft auch, dass sich Dresden vom Abstieg schnellstmöglich auch holen wird. Noch Fragen? Er sendt noch heute nichts. Okay, dann wie immer der Hinweis auf unser nächstes Heimspiel. Am Freitag, 7. April, Playoff-Viertelfinale. Erstes Heimspiel, der Gegner steht leider noch nicht fest. Guter Heimspiel an alle. Guter Heimspiel, der Gegner steht leider noch nicht fest.